Hallo damit ein neues Let's Play Hardcore Games wie ihr vielleicht schon rausgefunden habt Hardcore Games geht darum zu überleben während andere Spieler versuchen dich zu töten also wie Hunger Games nur ohne Truhen Kids und man kann Sachen abbauen ich bin in der Wüste 750 Sekunden oh mein Gott ich will wenig Castaway das heißt man ist weit weg vielleicht wenn ich Glück habe bald nie danke Sonnen dann und du auch Danke Kaktus stell dich zu schnell die anderen sind alle in der Wüste ich bin im Wald und da ist eine Höhle es geht nichts im Vollwild Modus habe ich schon versucht fehlern es sie sind sechs Stück gleich ich bin sie sind und es kann mir nichts tun dann kann ich genussvoll tüten Ah! Ha! 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 Oh, Zombie! Steck mich nicht, du Arschloch! Stirb, stirb, stirb! Yeah! Fleischi, weißi! Auf eine Minute! Zwei... Eins... Zwei... Drei! Erstmal... Oh, lass mich doch mal... Genau! Aus diesem Grund... Weg! 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 Als Niederschweckner... Pfeil! Mit 30 Sekunden... Gib mir, gib mir, gib mir! Gib mir Eisen! Ja! 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 Nein! Nein! Falsch! Alter, wo geht's hier rein? Da geht's rein! Da geht's rein! Da geht's hier rein! Oh! Oh! Und da ist er nicht rein! Nein! Oh! Leck mich doch! Lass mich! Wo ist das Skelett? Da! Zeig dich! Ich will noch nicht angekommen, aber das macht gut! Drei Herzen! Creeper! Ich versteh nicht, wieso manche Leute Angst vor Creeper haben! Also ich hab schon Respekt vor ihnen! Aber jetzt nicht so ne Angst! Ich schlag die irgendwann und sie explodieren, ohne mir ein Herz zu ziehen! Das ist nur ein Höhlenteil! Das ist ganz zufällig ein Stamm! Kohle! Kohle, 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 Kohle! Erstmal hier schauen! Vielleicht ist es halt Lava, aber... Hier findet man keine Diamanten! Und das finde ich scheiße! Geilomatiker! Tsch! 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 Egal, ich nie gehe ja eigentlich die ganze Zeit, aber sie sind ja das Teil, egal, keine Sorgen machen, ich habe ja immer mit dem Eisen, bin im Vorteil, heilige, nein, das sind zwei, nein, scheiß Team, oh, das war so klar, aber egal, so sehe ich in PvP aus, aber das war ein zweiter Team, also, und ich hatte kaum noch reden, beschwert euch nicht. Wenn euch die zweite Runde Hardcore Games gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen hoch, Abo nicht vergessen, wie immer, bla bla bla, was ist, Hatcher, Lega, Capshift, Flag, PvP, Mason, keine Ahnung, Runner, Sabotage, Raids, und Minecraft, Bild, ich habe keine Ahnung, was das ist, das hört sich cool an, aber Hardcore Games sind immer noch am besten, ja, und dann, ciao, ciao, bleib geil, mach's gut, und ciao, ciao, nicht Spaß, ciao. 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 Ciao.